Oh, genau, Oberzeit, da vorne geht's los, da vorne geht's los, wir starten uns dabei, jawohl, aber noch zwei, drei Leute haben es begriffen, da wird gekannt, da hat es noch jemand begriffen, unsere Ultras sind auch dabei, ja, 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 Arme hoch, Arme hoch, ready for your team, die waren von dir. Leute, bebeheel, 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 ist hier eine Welle, 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 jawohl. Okay, so Heidmann ist leadjammer für Glasgow. Und Stopp und Stopp noch fast im Pack, sie hat's ja bereits aufgeschaut. Zwei Punkte für Glasgow. Tja, gerade eben waren es noch über 30 Punkten Vorsprung, jetzt ist es nicht mehr ganz zu viel, die Bombschel ist immer noch in Führung. Beide Teams haben eine Spielerin mit der Pettel zu wachsen, die Spielerin von Glasgow ist bei Dachs, das sieht man daran, dass sie schon steht. Die ersten 20 Sekunden muss man mit 17 Literhöhnen zu wachsen, die letzten 10 muss man stehen. Man muss. Yes, you must. One must stand. Das war ein guter, 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 guter. Das war ein guter, 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 guter.